Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ja, in diesem Orakel geht es, wie der Titel schon verspricht, um eure berufliche Entwicklung. Egal, ob du selbstständig bist oder im Angestelltenverhältnis, ob du gerade Arbeit suchst. Ja, wir schauen hier, wie sich deine Zukunft positiv entwickeln kann und was die geistige Welt dir jetzt dreht, um beruflich erfüllt, zufrieden und glücklich zu sein. Ich habe hier drei Stapel ausgewählt für uns, für euch, und daraus könnt ihr euch einen Stapel aussuchen. Ihr könnt auch mehrere Stapel aussuchen, hier unterschiedliche Fragen stellen, also zum Beispiel, in welche Richtung soll ich gehen oder wie kann ich mein Projekt jetzt erfolgreich durchführen, etc. Und die Anfangszeiten findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich verteile jetzt gleich noch ein paar Charms auf die Stapel, als kleine Entscheidungshilfe und zusätzliche Informationen. Und dann legen wir auch schon los. Regelt die Lautstärke gerne ein bisschen runter. Das wird jetzt etwas lauter. Das ist immer noch etwas lauter. Das ist immer noch mal die Stapel. Wunderbar, dann schaut doch mal, zu welchem Stapel ihr euch hingezogen fühlt. Falls ihr ein bisschen länger braucht, haltet das Video gerne an. Ich beginne mit dem linken Stapel, stelle das hier mal zur Seite. Und wir gucken mal, was auf dich wartet beruflich, wenn du dich für den ersten Stapel entschieden hast. Da fällt mir als erstes das Wurzelschakra ins Auge. Also könnte es hier um mehr Selbstbewusstsein gehen in deiner beruflichen Tätigkeit. Und dass du das jetzt stärken kannst. Dass du auch durchaus jetzt Stabilität erlangen kannst. Und eventuell auch mehr Durchsetzungsvermögen im Beruf. Dann haben wir hier die Feder. Da kann es um Zeichen gehen, die du gesandt bekommst. Vom Universum, von deinen Engeln, von deinen Ahnen oder Geistführern. Also achte da vielleicht mal verstärkt drauf. Vielleicht hast du auch schon besondere Zeichen bekommen und bist darum hier. Um, ja, wie soll ich sagen, deine Intuition nochmal zu verstärken. Oder zu schauen, wie es denn jetzt konkret weitergehen soll für dich. Dann habe ich hier zwei Sternzeichen. Und zwar einmal das Sternzeichen der Jungfrau. Ein Erdzeichen. Und wir haben den Schützen, ein Feuerzeichen. Okay, also es könnte hier um Energien gehen, die sich so ein bisschen gegenseitig befeuern können oder auch behindern können. Ja, die Erdzeichen sind meistens Menschen, die durchaus auf Tradition Wert legen, die ein bisschen vorsichtig sind, beharrlich ihren Weg gehen, aber nicht unbedingt zu den schnellsten Zeichen gehören. Während der Schütze ein Feuerzeichen ist, der ja gerne Neues erlebt, sehr spontan ist und sich oft zu neuen Ufern aufmacht und durchaus auch für Schnelligkeit steht. Ja, der Pfeil, den der Schütze abschießt, ist schnell unterwegs. Eventuell hast du hier so ein bisschen Widerstreit mit diesen Energien in dir selbst. Oder aber es sind beruflich hier Feuer- oder Erdzeichen in deiner Nähe, beeinflussen dich, sind Arbeitskollegen oder eventuell auch dein Chef oder deine Chefin. Et cetera, et cetera, da musst du für dich selbst schauen. Das hier ist ein allgemeines Orakel. Oh, und wir haben eine Zahl, und zwar die Eins. Sehr schön, das ist der Magier. Der Magier steht dafür, dass, oder ist ein, ja, personifiziert im Grunde jemanden, der alles hat, was er braucht. Ja, der hat alle seine vier Elemente beisammen, könnte man sagen. Im klassischen Tarot hat er ein Schwert, einen Stab, einen Kelch und eine Münze um sich herum in der Hand und zum Teil auf dem Tisch liegend. Und das besagt, dass du hier auf jeden Fall alles zusammen hast, was du brauchst, egal was du vorhast. Auch wenn du dich vielleicht im Moment nicht so fühlst, aber hier mit dem Wurzelschakra, könntest du jetzt in eine Energie kommen, wo dir das bewusst wird, ja, dass du hier alles zusammen hast und auch mit den Erdzeichen, die hier liegen. Und dem Schützen, das in Kombination kann sehr erfolgsversprechend sein, ja. Also du hast hier die Grundlage, die Erdung mit den Erdzeichen, aber auch die Kraft des Vorwärtsgehens mit dem Schützen. Sehr interessant. Wir schauen mal in die Karten. Ich habe ja als erstes das Meptaro. Nein, das Meptorakel, Entschuldigung. Und da kommt zu dir die sanfte Gärtnerin, die Nummer zwei. Sehr interessant. Ich decke erst mal auf, bevor ich deute. Dann kommt zu dir aus dem Magie der Erde, Orakel der Blitz, die Kraft. Sehr schön. Dann haben wir aus dem Erzengel Gabriel, Orakelset, lass los, lass das Bedürfnis los, diese Situation zu kontrollieren und vertraue auf Gottes unendliche Weisheit, alles auf das Wunderbarste zu lösen. Sehr schön. Und dann habe ich hier noch zwei Karten aus dem Lebensweg der Engel. Und da kannst du dir gerne eine aussuchen, aber du kannst natürlich auch beide für dich beanspruchen. Folge da ganz deiner Intuition. Ich decke jetzt diese Karte hier auf. Und da kommt, Übung macht den Meister. Perfektioniere deine Fähigkeiten, indem du sie regelmäßig übst. Ja, das. Und als zweite Karte, das Schreiben. Du heilst, inspirierst, lehrst und unterhältst mit den Worten, die du schreibst. Okay. Dann schauen wir uns das jetzt hier mal im Zusammenhang an. Ich deute diese Karten auch im Zusammenhang. Und das entspricht nicht immer dem, was im Buch steht. Die meisten, die mir schon länger folgen, wissen das. Ich freue mich an meiner Intuition. Wir schauen mal. Also, die sanfte Gärtnerin sagt mir auf jeden Fall, dass du jetzt in eine Phase kommst, in der du dir sehr bewusst darüber wirst, was du über dich selbst denkst. Ob deine Gedanken über dich selbst positiv oder negativ sind. Und natürlich bezogen auf deinen Beruf. Ob deine Gedanken über deinen Beruf, über deine Fähigkeiten für deinen Beruf und deine weiteren Ziele positiv oder negativ sind. Und sie sagt natürlich zu dir, dass wenn du dir jetzt darüber bewusst bist oder wirst oder noch bewusster wirst und mehr darauf achtest, dass du positiv denkst, dir wirklich vor Augen führst, dass du zahlreiche Möglichkeiten hast, die hier mit diesen Eiern angedeutet sind, die auf diesem Feld liegen. Dann kannst du sehr erfolgreich sein. Und du bist auf jeden Fall jemand, der viele Talente hat. Und mit dem Blitz hier, mit der Kraft, würde ich sagen, kommt das vielleicht sogar als ein Geistesblitz zu dir. Eventuell auch ein Geistesblitz darüber, wie du dein Berufsleben jetzt für dich verändern kannst. Dass du wieder mit mehr Begeisterung dabei bist. Vielleicht ist es aber auch ein Erkenntnisblitz, dass du auf einmal merkst, dass du dich sehr viel geringer eingeschätzt hast, als das wirklich nötig ist. Dass du sehr viel mehr Fähigkeiten hast, dass du sehr viel kompetenter bist, als du gedacht hast. Ja, also hier scheint mir auf jeden Fall für dich ein Shift in die positive Richtung zu sein. Auch mit dem Magier hier oben ist, wird dir wahrscheinlich bewusst werden, dass du sehr gut ausgebildet bist. Dass du sehr viele Talente hast oder vielleicht auch ein spezifisches, ein bestimmtes Talent, dass es sich jetzt auszubauen lohnt. Und du wirst, wie das hier liegt mit der Jungfrau und auch dem Schützen, auch die Kraft haben, Schütze, Kraft, Feuer, das jetzt in die Realität zu bringen. So, werden wir ein bisschen konkreter. Mit dem Schreiben hier kann es natürlich sein, dass viele von euch, die sich für diesen Stapel entschieden haben, tatsächlich gerne schreiben. Autoren sind, ein Blogschreiben, ein Kochbuch, irgendetwas in diesem Bereich eben mit tatsächlich, das mit kreativem Schreiben zu tun hat, gerade verwirklichen. Und dann ist das hier auf jeden Fall die Bestätigung dafür, dass du dieses Talent hast. Übung macht den Meister, ja, das ist gerade klar. Ja, das kann man zu jedem sagen, egal was man tun möchte in seinem Leben, ob man jetzt Musik spielen möchte, wie sie hier, ob man ein Buch schreiben möchte oder sonst etwas verwirklichen möchte. Übung macht den Meister. Also bitte lasse nicht nach und trainiere deine Fähigkeiten hier regelmäßig. Ja, ich weiß, viele hören das auch nicht so gerne, aber in dieser Karte steckt auch eine Ermutigung. Denn Übung macht den Meister. Das heißt, diese Karte sagt auch, dass du hier es zu einer Meisterschaft bringen kannst. Ja, es ist nicht so lapidar nach dem Motto, ja, ja, wenn du gut werden willst, musst du halt üben. Nee, nee. Also diese Karte sagt schon, dass du da ein Talent hast, was du zur Meisterschaft bringen kannst. Und dass du jetzt auch die Kraft hast, das regelmäßig zu tun. Solltest du tatsächlich, ich gehe auch gleich nochmal auf andere Bereiche ein, die vielleicht nicht direkt hier mit Autorenschaft oder mit kreativem Schreiben zu tun haben, aber für die Leute, für die das wichtig ist, kann das jetzt ein guter Hinweis sein. Es gibt da ein Buch, ich habe den Autorennamen leider vergessen, aber es heißt Der Weg des Künstlers. Das könntest du dir ja vielleicht mal anschauen oder vielleicht sogar anschaffen. Da geht es um, das ist nicht nur wichtig für Autoren, auch wenn du ansonsten einfach gerne kreativ bist, malst, musizierst, etc. Dann kann das ganz hilfreich sein. Und darin ist auch beschrieben, dass es sehr hilfreich ist, wenn man jeden Tag das, was man gerne tut oder gerne tun möchte, praktiziert. Also, dass du wirklich jeden Tag etwas zeichnest, etwas schreibst, Karten legst oder was auch immer du gerne tun möchtest beruflich, dann bitte nimm dir die Zeit, das regelmäßig zu üben. So, ja, und mit dem Lass los ist nochmal beschrieben, dass du bitte dich nicht so sehr darauf fokussieren sollst, wohin dich das bringt. Ob dein Buch veröffentlicht wird, ob dein Blog sehr erfolgreich wird, lass diese Gedanken erstmal los. Tu es einfach. Versuch dich der Freude hinzugeben, die dir das bringt, das zu tun, was du liebst, ohne dir gleich über den nächsten Schritt Gedanken zu machen. Und sei vielleicht auch nicht so besonders konkret in dem, was du dir vorstellst, wohin dich das bringt. Ja, das kann uns manchmal auch ein bisschen blockieren, denn oftmals ist es so, dass das Universum, ja, Umwege geht, uns andere Dinge schickt oder anderes mit uns vorhat, das zwar in dieselbe Richtung geht, aber doch ein bisschen anders ist, als das, was wir uns vorstellen. Und die Karte Lass los sagt halt auch, entspann dich ein bisschen. Mach dir selbst nicht so viel Druck, dass das hier erfolgreich sein muss und dich erfolgreich oder dich, weiß ich nicht, vielleicht sogar berühmt machen soll. Es kann schon sein, dass das passiert, ja. Ja, aber das sollte jetzt im Moment, jetzt gerade für dich nicht im Vordergrund stehen. Im Moment steht für dich im Vordergrund positives Denken, positives Visualisieren auch durchaus, die Tätigkeit, die du tun willst, auszuüben, zu üben, was immer du üben möchtest. Und ja, dich auf die Kraft des Universums einzulassen, die wird dir auch geschickt, wenn du das öfters übst. Ich weiß, manchmal sind wir auch so ein bisschen widerwillig. Jeder von uns, der in der Schule zum Beispiel auch ein Instrument lernen musste, ich, für mich war es die Blockflöte, finde ich ganz passend hier mit ihr. Ja, habe ich nicht gerne gemacht, ne. Und da war das Üben für mich wirklich keine schöne Sache und für die Leute, die zugehört haben, auch nicht. Ich entschuldige mich hier bei all meinen Nachbarn, die das ertragen mussten und bei meinen Eltern. Ja, es war aber auch nicht mein Instrument und nicht das, was ich gerne gemacht habe. Von daher hoffe ich, dass es dir vielleicht etwas leichter fällt zu üben. Und ja, wenn dir hier gar nichts einfällt, dann überlege doch vielleicht mal, was du einfach gerne machst oder gerne täglich machen würdest. So, und für diejenigen, die von euch jetzt gar nichts mit dem Schreiben an sich zu tun haben, da kann es sein, dass beruflich für dich jetzt eine Gelegenheit kommt, vielleicht in Form einer Beförderung oder einer Veränderung deiner Arbeitsaufgaben, wo du einfach mehr schreiben sollst oder darfst oder musst, je nachdem, wie du das empfindest, zum Beispiel mehr Berichte, dass du eventuell, ja, hier Projekte begleiten sollst schriftlich oder dass du vielleicht auch einen Businessplan schreibst für dich, falls du selbstständig werden möchtest oder bist oder dass du, ja, na, ich komme jetzt nicht, Beurteilungen schreiben sollst demnächst für Bewerber oder Kollegen etc. Ja, dass hier einfach vermehrt Schreibaufgaben auf dich zukommen und dass du vielleicht, das steckt nämlich auch in der Karte, lass los hier, so ein bisschen Selbstzweifel hast, ob du das auf die Reihe bekommst. Dann sagt hier aber die Übung, mach dir Meisterkarte, ja, mach dir keine Sorgen, du schaffst das. Du wirst dich da reinarbeiten, ja, man wächst auch mit seinen Aufgaben und je öfter du das tust, desto besser wirst du darin werden, also mach dir keine Sorgen, falls jetzt hier demnächst, und es sieht mir sehr danach aus, hier eine Aufgabe auf dich zukommt, wo du einfach mehr schriftlichen, verschriftlichen sollst, musst, darfst, du packst das. Das wird kein Problem sein. Und es wird dich auch zu mehr Kraft und Selbstbewusstsein führen. Sehr schön, und vielleicht entdeckst du sogar, dass du dafür ein Talent hast, obwohl du gar nicht gedacht hättest, dass es so ist. Auch das passiert ja manchmal, ja, dass das Leben uns Aufgaben schickt, von denen wir glauben, dass wir sie nicht lösen können oder nicht gut genug sind, und dann auf einmal entdecken, oh, okay, das liegt mir eigentlich. Sehr, sehr schön. Okay. Komme ich hier noch was zu sein? Ja, lass los ist auch ohnehin eine Karte, die darauf anspielt, dass auch gerade Menschen, die im kreativen Bereich tätig sind, manchmal sehr unter Selbstzweifeln leiden. Und mit der sanften Gärtnerin und dem Blitz heißt es hier, bitte lass diese Selbstzweifel los. Ja, bitte, das ist typisch für Menschen, die kreativ sind. Ja, das ist kein Stoppschild, das ist nur eine Hürde, die du überwinden darfst. Das ist leicht gesagt, ich weiß das wohl, aber vielleicht kann ich dieses Gartenbild hier inspirieren, wirklich auf dich zu vertrauen und auf deine Fähigkeiten. Und ja, mit dem Blitz kann es wirklich sein, dass es wie ein Erkenntnisblitz zu dir kommt, ja, dass du dich jetzt Dinge traust, die du dir vorher nicht zugetraut hast. Und auch, wie gesagt, Kraft bekommst, die Dinge regelmäßig durchzuführen. Und auch, wenn du es mal einen Tag nicht schaffst, dann gib nicht auf, dann mach halt den nächsten Tag weiter, ja. Wir kennen das auch alle. Alle Menschen, die schon mal was üben mussten, seien es jetzt auch irgendwie Vokabeln für einen Test in der Schule. Oder, falls du hier eine Prüfung hast, ah, haha, kommt mir gerade auch noch so, vielleicht musst du demnächst eine Prüfung schreiben. Dann bitte, ja, vertraue darauf, dass du genug gelernt hast, falls du schon sehr gut vorbereitet bist. Dann lass es los und vertraue auf deine Fähigkeiten, diese Prüfung zu bewältigen. Solltest du das Gefühl haben, ich könnte da noch mal ein bisschen was lernen, dann schau vielleicht noch mal in die Bücher hier, mit der Übung macht den Meister. Aber dann wird diese Prüfung für dich erfolgreich verlaufen. Kommt mir gerade noch so. Kann ja sein, dass du gerade ein Studium machst, eine Fortbildung, eine Ausbildung, was auch immer. Ja, also auch hier eine positive Nachricht. Ja, und wenn du, wie gesagt, irgendwas üben möchtest regelmäßig und du lässt mal einen Tag aus, ist doch nicht schlimm. Dann mach am nächsten Tag weiter. Ja, wir sind doch alle nur Menschen, sei da nicht zu streng mit dir. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hier eine kleine positive Botschaft mitgeben für euch und euren beruflichen Weg. Wenn das so ist, lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Like oder, wenn du möchtest, abonniere auch gerne meinen Kanal. Ich drehe unter anderem auch Portal-Tag-Videos und Monats-Orakel und manchmal auch so kleine Zwischen-Orakel mit bestimmten Themen. Und wenn du darüber regelmäßig informiert sein möchtest, dann klick doch bitte das Glöckchen an, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Oder klick es nicht an und du bekommst halt nur gelegentlich eine Benachrichtigung. Ja, ganz wie du das möchtest. Ihr Lieben, ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Gut, wir sehen uns nächste Woche. Macht es gut. Ciao. So, das war Stapel Nummer 1. Dann schauen wir jetzt mal in den zweiten Stapel. Und da ist natürlich als erstes hier das Ying- und Yang-Zeichen, was mir ins Auge fällt. Da heißt es, dass hier etwas ins Gleichgewicht gebracht wird. Das ist immer eine schöne Sache. Hier kann es um männliche oder weibliche Energien gehen, wenn du mit diesem Konzept was anfangen kannst. Es kann aber auch sein, dass hier andere Lebensbereiche ins Gleichgewicht gebracht werden, die vielleicht so ein bisschen aus dem Gleichgewicht waren. Und ja, wir schauen gleich mal weiter. Hier haben wir einmal den Buchstaben S. Das kann ein Anfangsbuchstabe sein von deinem Namen, von einem Menschen, der dir wichtig ist, von einem Wort, einem Engel, Geistführer, Ahnen, von einem Ort, zu dem du gerne ziehen möchtest, etc. Da lasst mir gerne einen Kommentar. Das finde ich immer sehr spannend, wenn hier Buchstaben oder Zahlen irgendwie zutreffen. Dann haben wir hier die Rose. Die weiße Rose, die steht für mich für freundschaftliche Beziehungen. Wir sind hier in einem Berufsorakel, also eventuell auch für Beziehungen zu Kollegen, die jetzt aufblühen. Oder vielleicht blühst du auch auf in einem Beruf, den du jetzt neu ausübst. Oder auch schon eine Weile ausübst. Und jetzt kommt einfach eine gute Phase für dich, wo du dich schön entfalten kannst. Okay, dann haben wir hier noch ein Sternzeichen, und zwar den Steinbock. Ein R-Zeichen. Das scheint mir wieder eine sehr... Na, komm. Och. Ja, R-Zeichen sind die auch für den Berufsorakel nicht. Na, wieso fokussierst du der nicht? Der macht es nicht. Naja, gut. Das ist auf jeden Fall der Steinbock. Ich hoffe, ihr glaubt es mir trotzdem. Auch wenn ich das jetzt hier nicht fokussiert kriege. Ich hasse das, ja. Äh, R-Zeichen. Gut für den Beruf, ne? Das heißt im Grunde auch, dass du hier gute Erdung bekommst. Mit dem Steinbock auch Durchhaltevermögen für längere Projekte, die du hier vielleicht durchziehst. Und ja, R-Zeichen sind auch gut darin, Dinge zu manifestieren und in die Realität zu bringen. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier einmal ganz süß die Schildkröte, die sich hier so ein bisschen im Ring verfangen hat. Und die liegt so ein bisschen auf der Seite, ne? Also es könnte jetzt auch was in Bewegung kommen, was vielleicht bisher noch nicht so gut funktioniert hat. Und vielleicht brauchst du einen langen Atem, um dieses Projekt jetzt hier weiter voranzubringen, ob in einem bestehenden Job oder in einer Selbstständigkeit oder wenn du arbeitssuchend bist. Hier könnte jetzt auf jeden Fall langsam etwas in Bewegung kommen. Oh, und wir haben hier auch nochmal das Wurzelschakra. Hatten wir gerade auch schon. Es geht also um Stabilität, um Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen. Auch hier. Also scheinen wir hier wirklich eventuell auch kollektiv jetzt einen ordentlichen Schub an Selbstvertrauen zu bekommen und an Energie für unsere Projekte. Das finde ich super. Dann haben wir hier den Ringen. Ja, steht natürlich einerseits für Beziehungen. Da wir hier in einem Berufsorakel sind, würde ich sagen, geht es hier vielleicht eher um freundschaftliche Beziehungen am Arbeitsplatz, die jetzt mit der Rose hier aufblühen können. Es können aber auch neue Verträge sein, die hier auf dich zukommen. Oder neue berufliche Partnerschaften. Also wenn du hier zum Beispiel Jobsuchen bist, könnte es gut sein, dass du jetzt hier einen Arbeitsvertrag bekommst. Wenn du auf der Suche nach Gleichgesinnten bist, um dich in deiner Selbstständigkeit mit denen zu verbinden, dann stehen auch jetzt hier die Chancen sehr gut. Und daraus können vielleicht sogar Freundschaften entstehen hier mit der Rose. Sehr schön. Und dazu kommt noch mal das Herz hier. Ja, ein Zeichen für die Liebe. Das Regenbogenherz ist für mich auch immer ein Zeichen für gleichgeschlechtliche Beziehungen. Aber es kann, da wir hier in einem Berufsorakel und nicht in einem Liebensorakel sind, auch durchaus sein, dass es hier um Kollegen geht, die dasselbe Geschlecht haben wie du oder auch Vorgesetzte, mit denen du dich vielleicht besonders gut verstehst oder vielleicht kommt hier auch etwas in Balance, was vorher so ein bisschen wackelig war, wo du dich vielleicht nicht so sicher gefühlt hast und dich nicht so zeigen konntest, wie du bist oder nicht so aufblühen konntest, wie du dir das gewünscht hättest. So, wir schauen mal in die Karten. Da kommt aus dem Map-Orakel für dich die Nummer 6, der Berg. Jetzt bitte nicht gleich abschalten. Das ist hier, das ist nicht das Lenormand. Also diese Karte hat eine andere Bedeutung in diesem Set. Dann haben wir aus der Magie der Erde Karten den Wasserfall, die Müllosigkeit. Schön, passt sehr gut zu dieser Karte. Und der Erzengel Gabriel sagt zu dir, Mutter Maria, die heilige Mutter Maria hilft dir bei deiner göttlichen Lebensaufgabe. Kriege ich das denn wenigstens fokussiert? Ja, aber ich glaube, ihr könnt das lesen. Mutter Maria. Sehr schön. Okay, vielleicht hast du eine besondere Beziehung zu dieser Figur, zu dieser ja, zu dieser Energie auch vielleicht, der Mutter Maria. Wenn nicht, wir deuten das gleich auch noch anders. Keine Sorge. Und die Lebensaufgabe der Engel kommt zu dir mit den Blumen. Der Umgang mit Blumen öffnet dein Herz. Und mit dieser Lebensaufgabe bringst du anderen Menschen Segen. Auch hier bitte jetzt nicht sofort wegschalten, wenn du mit Blumen nichts am Hut hast. Das kann auch einfach ein guter Einfluss sein, der dir jetzt hier bei bestimmten Aufgaben hilft. Also, einen kleinen Moment. So, wir beginnen mit dem Berg. Der Berg hier steht schon in dem Sinne für ein Problem oder einen Berg, den du meinst, erklimmen zu müssen. Allerdings ist diese Karte eher dazu geneigt, dir zu sagen, dass du jetzt flexibel sein darfst. Bitte versuch dir mal vorzustellen, dass du vor diesem Berg stehst und jemand kommt zu dir, tippt dir auf die Schulter, Mutter Maria, ein Engel, ein Arne, ich vielleicht, und sagt zu dir, ja, du musst da gar nicht drüber. Du musst diesen Berg gar nicht erklimmen. Du kannst es dir auch leicht machen und einfach drum rum gehen. Oder durch den Berg, wenn das möglich ist. Also, du scheinst hier vielleicht eine Aufgabe vor dir zu haben, die dir irgendwie überwindlich scheint oder sehr anstrengend und mit der Mühelosigkeit, die das nochmal wirklich fantastisch unterstützt, die sagt dir, bitte überlege mal, ob du um diesen Berg herum gehen kannst. Das verlangt wahrscheinlich, dass du ein bisschen flexibel bist, aber diese Karte sagt wirklich fast wortwörtlich, bitte stell dir vor, du bist ein Fluss und du kannst diesen Berg umfließen mit einer Leichtigkeit und mit sehr viel weniger Energieaufwand, als es dich kosten würde, diesen Berg zu gesteigen. Und finde ich echt witzig, dass hier der Wasserfall kommt mit der Mühelosigkeit. Also es scheint wirklich für die meisten von euch so zu sein, dass es hier etwas gibt, was du umschaffst im Schiff... Ganz langsam. Dass du umschiffen kannst, dass du dir eine Mühe vielleicht gar nicht, eine Mühe gar nicht auf dich nehmen musst, sondern, ja, es dir hier wirklich leicht machen darfst und etwas umfließen darfst. Sehr, sehr schön. Das hören wir doch eigentlich immer auch ganz gerne. Für diejenigen unter euch, die sagen, nein, es führt kein Weg, kein Fluss um diesen Berg herum, kein Weg hindurch, ich muss über diesen Berg, da rät die Karte, dass wenn du es schon tun musst und dir ganz sicher bist, dass du es tun musst, dann mach es bitte in ganz kleinen Schritten. Setze bitte wirklich jeden Fuß, jeden Fuß vor den anderen, ja. Also immer einen Fuß vor den anderen und bemühe dich, dass diese kleinen Schritte dir auch Spaß machen und nicht nur mühevoll sind, denn das Leben sollte nicht nur mühevoll und kraftraubend sein, es darf auch Spaß machen und leicht sein. Und ja, die Engel oder die geistige Welt rät dir hier bitte, diese Schritte dann in so kleine Etappen zu unterteilen, dass es dir leicht fällt, diesen Weg zu gehen oder leicht herfällt und dass möglichst viele Schritte für dich leicht sind und mühelos, vielleicht nicht alle, aber doch der überwiegende Teil, sodass du diesen Berg erklingen kannst, ohne oben völlig erschöpft zu sein. Aber für die meisten, wie gesagt, sehe ich hier eher die Aussage, etwas mühelos zu umfließen, dich dem Fluss des Lebens hinzugeben, dir eventuell auch Hilfe zu holen. Hier, ne, ich finde Freundschaft wird hier sehr stark angezeigt und vielleicht gibt es da jemanden, der dir helfen kann bei dieser Aufgabe. Und wenn das so ist, dann bitte diese Person um Hilfe und lass die Arbeit abnehmen, wenn das geht. Auch wenn es dir schwer fällt. Ich vermute, es fällt dir schwer, sonst würden diese Karten hier nicht auftauchen. Wenn du in der, ja, in der, in der persönlichen Welt niemanden hast, kannst du hier auch deine Engel, das Universum oder eben natürlich auch, ganz besonders angezeigt, hier Mutter Maria bitten. Auch wenn du vielleicht bisher noch gar nicht mit ihr gearbeitet hast, sie ist eine überkonfessionelle Figur, das heißt nicht nur Christen, haben eine Beziehung zu ihr, sie steht auch in anderen Religionen, ist sie durchaus eine wichtige Persönlichkeit. Und wenn du sie bittest oder einfach nur ihren Namen nennst und ihr dein Problem erzählst, deine Gedanken, das, was du vorhast, dann wird sie dich unterstützen. Außerdem zeigt diese Karte auch an, das ist ganz interessant, dass du dich vielleicht berufen fühlst, mit Kindern zu arbeiten oder das schon tust. Das könnte etwas sein, was für dein Berufsleben wichtig ist. Also du könntest Lehrer sein oder auch Künstler, Erfinder, irgendjemand, der Kindern das Leben erleichtert oder einfach für Kinder da ist. Natürlich auch Kindergärtnerin, Erzieherin, Erzieher, Entschuldigung, ich nehme meist die weibliche Form, sorry. Ja, also dass du hier vielleicht irgendwie oder auch ein Kinderbuch schreibst, etc. Vielleicht hattest du den ersten Stapel auch schon und das steht hier irgendwie in Resonanz. Das muss aber auch nicht so sein, ja. Für diejenigen, die das jetzt, für diese Berufsgruppen jetzt gerade gar nichts waren, da heißt es einfach nur, dass du jetzt hier durch die geistige Welt Hilfe erfahren kannst. Du kannst auch darum bitten, einfach hier müheloser zu sein, leichter zu sein, etwas auf die leichtere Schulter nehmen zu können und um Hilfe zu bitten. Und mit den Blumen, das ist sehr schön, da kam ja als erstes gerade der Gedanke, dass du dich bitte auch immer belohnst, ja. Wenn du hier einen Weg gehst, gerade insbesondere für die, die den Berg hier hochklettern möchten, bitte denke auch daran, dich für jeden Schritt zu belohnen, indem du dir zum Beispiel Blumen kaufst oder etwas anderes Schönes gönnst, ja, was immer dir gut tut. Sei das jetzt eine Meditation, ein Spaziergang oder ein leckeres Essen oder einfach einen Abend auf der Couch und, ne, was immer dir gut tut, bitte belohne dich auch. Oder in die Wanne zu gehen, hier mit dem Wasser, ja, was immer dir da in den Sinn kommt. Es könnte natürlich auch für einige sein, dass sie tatsächlich mit Blumen arbeiten, also Gärtner sind, Gärtnerinnen, Floristen, eventuell bist du auch kräuterkundig oder möchtest dich jetzt in diesem Bereich entwickeln. Oder arbeitest schon mit Kräutern oder zum Beispiel Bachblüten, ja, dass das irgendwie beruflich für dich hier in Resonanz ist. Oder, falls das auch nicht der Fall sein sollte, kann es auch sein, dass jetzt hier zum Beispiel Bachblüten für dich ganz hilfreich sein könnten, um hier mehr Lebensfreude und Mühelosigkeit wieder in dein Leben zu bringen. Da schau doch gerne mal bei Google im Internet, da gibt es viele Seiten, die dir zum einen anbieten, da einen Test zu machen, ja, welche Bachblüten jetzt für dich gerade besonders oder Bachblüten für dich gerade besonders wirksam wären. Vielleicht kennst du dich da aber auch schon aus. Ich weiß gar nicht, für Leichtigkeit fällt mir jetzt auch gerade keine ein. Für mehr Lebensfreude gibt es da die Wild Rose, wenn ich mich recht entsinne. Aber schau da gerne mal, das ist auch immer eine sehr persönliche Sache. Und das heißt jetzt auch nicht, dass du unbedingt diese Bachblüte jetzt verwenden solltest, das ist nur ein Beispiel. Aber vielleicht interessiert dich das Thema ja oder du möchtest dich einfach mal ganz neu damit befassen. Vielleicht ist das auch etwas, womit du dich noch gar nicht befasst hast. Dann wäre das sicherlich spannend. Im Allgemeinen sagt diese Karte auch noch, dass du jetzt einfach eine besonders gute Beziehung zur Natur hast und dass dir die Beschäftigung mit Blumen oder Pflanzen dich jetzt auf ganz neue Gedanken bringen kann, die eventuell auch eine Idee bringt, obwohl es eigentlich nicht so sehr im Zusammenhang steht, auf den ersten Blick, wie du hier ein Problem, einen Berg umschiffen kannst. Ja, das klingt vielleicht, wie soll ich sagen, also da geht es halt um Synergieeffekte, die nicht auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, aber eigentlich hängt ja alles mit allem zusammen. Und die Beschäftigung hier mit Blumen, indem du sie anschaust, fotografierst, dir vielleicht Blumen kaufst, kann eine Inspiration in dir auslösen oder auch einfach ein gutes Gefühl, einen Heilungsprozess in Gang bringen, der dir hier mehr Mühlenosigkeit bringt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Du kannst doch zum Beispiel in einen Blumenladen gehen und mal gucken, welche Blume dich da einfach besonders anspricht und dir dann mal anschauen, welche Bedeutung diese Blumen hat, denn auch Blumen haben ja bestimmte Heilungskräfte und Wirkungen oder auch die Farbe einer bestimmten Blume. Zu was fühlst du dich da hingezogen? Und da kann jetzt ein ganz guter Hinweis sein. Du kannst dir auch im Internet Blumen angucken. Mach das, wie du das gerne möchtest und dich wohlfühlst. Ja, vielleicht kannst du dir sogar eine Blume kaufen, die dich besonders erfreut und die mit nach Hause nehmen und die hegen und pflegen. Oder du hast schon viele Blumen zu Hause und verbringst mal wieder Zeit mit denen. Ja, pflegst sie, düngst sie, beschneidest sie, wobei da jetzt eigentlich auch, glaube ich, nicht die Zeit für ist. Aber du weißt, was ich meine. Ja, dass du dich jetzt um deine Pflanzen wieder mehr kümmerst. Sehr schön. Ja, mit der Rose hier ist halt auch wirklich, du kannst hier jetzt aufblühen und das wirklich auf eine Art und Weise, die dich keine große Kraft kostet, sondern die im Grunde mühelos und natürlich vorangeht oder vonstatten geht. Das finde ich sehr, sehr schön. Ihr Lieben, ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen und ich drücke euch sehr die Daumen, dass ihr hier ein bisschen ins Gleichgewicht kommt, dass ihr hier ein bisschen aufblühen könnt. Achso, Arbeit suchend hatte ich gerade schon, Entschuldigung, fällt mir jetzt gerade noch so ein, mit dem Ring, ne? Also wirklich, versuche, wenn du hier auf Arbeit suche bist und im Moment keinen Job hast und auch keinen richtig im Auge hast, das ist jetzt leicht gesagt, ich weiß, aber versuche mal etwas, mit etwas mehr Leichtigkeit an die Sache zu gehen und dem Schicksal und der geistigen Welt zu vertrauen. und wenn dir das sehr schwer fällt, dann, wie gesagt, bitte die geistige Welt um Hilfe. Sie wird dir helfen, wenn du hier darum bittest und dieser Berg hier kann verschwinden aus deinem Leben und du kannst hier einen Job finden, der dir sehr, vielleicht auch mühelos von der Hand geht, ja, der dir Spaß bringt und, ja, wo du nicht jeden Morgen den Eindruck hast, oh, ja, jetzt muss ich zur Arbeit, blöd, wann ist Urlaub, wann ist Wochenende, sondern etwas, was dir wirklich auch Erfüllung bringt und wo du dich hier entfalten darfst, ja? Ihr Lieben, ich hoffe, hier war eine Botschaft für euch dabei. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr dieses Orakel schaut. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum Monats Orakel für Februar und danach die Woche kommt das Portaltag Orakel für Februar. Bis dahin, ihr Lieben, macht es gut. Ciao. So. Dann schauen wir ins dritte und letzte Orakel, wenn du dich für dieses hier entschieden hast. Ich trinke mal gerade ein Schluckchen. Und da fällt mir als erstes hier schon gleich die Sechs ins Auge. Hier geht es vielleicht um eine Entscheidung. Die Liebenden im Tarot sind hier abgezeichnet. Eventuell auch um Harmonie. Vielleicht geht es auch um Beziehung mit Arbeitskollegen. Das ist doch die Sechs. Oder ja, es ist die Sechs. Eventuell auch um eine Herzensentscheidung. Wir schauen gleich mal. So, wir haben hier den Schlüssel. Sehr schön. Also, für dich könnte sich jetzt hier auch eine Tür öffnen oder du wirst dir darüber bewusst, dass du hier schon längst den Schlüssel für eine bestimmte Tür in der Hand hältst. Hast ihn aber bisher vielleicht noch nicht benutzt. Dann haben wir hier einmal ein M als Buchstaben. Das kann ein Anfangsbuchstabe sein von dir, von deinem Namen, vielleicht auch von der Firma, in der du arbeitest oder arbeiten möchtest oder ein Wort, ein Ahne, ein Geistführer, ein Engel, etc. Und ebenso verhält es sich mit dem S. Dann haben wir hier ganz witzig eine Muschel und zwar die gelbe Muschel für das Solarplexus-Chakra und in der drin liegt das Herzchakra. Das finde ich eigentlich ganz passend. Du kannst hier, wenn du dein Herzchakra jetzt stärkst, also die Beziehung zu dir selbst, auch mit der Sechs vielleicht angezeigt, auch die Beziehung zu anderen Menschen, wenn du dein Herz jetzt mehr öffnest, dann kann ich das hier, kann dir das zeigen, wie groß deine Ausstrahlung eigentlich ist, ja, wie deine Persönlichkeit hier mehr anerkannt wird durch andere, wie du vielleicht auch selbst deine persönlichen Fähigkeiten jetzt mehr anerkennen kannst. Und ja, dieses Solarplexus-Chakra habe ich auch nochmal gleich ein Bild von der Sonne vor Augen. Du, es ist auch so ein bisschen ähnlich zum Stapel hier gerade links, du kannst jetzt hier, glaube ich, einen großen Schritt machen in der Anerkennung deiner eigenen Persönlichkeit, deiner eigenen Stärke und deiner Wirkungsmacht, die wir alle haben. Manchmal ist uns das aber gar nicht so bewusst oder wir vergessen es wieder, etc. Sehr schön. Also, falls du hier meditierst, wäre das Herzchakra und das Solarplexus-Chakra auf jeden Fall jetzt gerade besonders empfänglich für eine Meditation oder eine Reinigung oder eine Öffnung, je nachdem, was dich anspricht. Okay, wir schauen mal in die Karten. Was kommt hier aus dem Map-Orackel? Oh, da kommt die Nummer 10, der Tiefpunkt zu dir und sie liegt auf dem Kopf. Bitte ähnlich wie links nicht gleich wegschalten. Das ist, ne, das ist keine schlechte Karte. Wir schauen mal direkt weiter. Und der Erzengel Gabriel sagt zu dir, ja, Erfolg, Glückwunsch, du hast es geschafft. Super, 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 super. Eine bessere Karte könnte hier nicht liegen. Schön. Die Magie der Erde Karten. da sind auch zwei gefallen. Such dir da gerne eine aus. Musst du auch nicht. Du kannst auch beide für dich nehmen, je nachdem, was deine Intuition dir da rät. Und da kommt einmal der grüne Mann, die Synergie. Hier geht es um Synergieeffekte, um Zusammenhänge, die uns verborgen sind, um Kräfte, die zusammenspielen, auch wenn wir das gar nicht bemerken. Und als zweite Karte kommt die Höhle, das Heiligtum. Auch sehr schön, okay. Und auch hier haben wir zwei Karten für diesen Stapel. Auch so kannst du dir jetzt wieder eine aussuchen oder auch nicht. Folge da deiner Intuition. Ich beginne mit der rechten Karte. Und da kommt Yoga. Dein Leben verbessert sich durch Yoga, Stretching und Fitnesstraining. Und als zweite Karte haben wir hier Reisen. Das Reisen ist Teil deiner Lebensaufgabe. Sehr schön. Vielleicht haben sich da jetzt schon einige wiedererkannt. Vielleicht möchtest du jetzt auch demnächst eine Yoga-Reise unternehmen und dich in ein Yoga-Zentrum einmieten oder da einen Kurs machen. Kommt mir jetzt so als erstes. Ist ja auch recht offensichtlich. Und naja, vielleicht hast du auch allgemein einfach im Moment das Bedürfnis zu verreisen oder dich vielleicht auch auf der anderen Seite mehr mit dir zu beschäftigen. Also eine Reise zu dir zu machen. Denn der Tiefpunkt sagt mir hier auf jeden Fall, dass du erkannt hast, dass du in letzter Zeit oder vielleicht schon auch seit einiger Zeit Dinge versucht hast auf eine bestimmte Art und Weise zu erledigen. Das heißt, dass du ein sehr zuverlässiger Mensch bist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Auch jemand, der durchaus etwas für Routine übrig hat und sich daran gut halten kann. Dass du aber wahrscheinlich jetzt entdeckt hast, dass dich das nicht dahin bringt, wo du hin möchtest, nämlich in deinen Erfolg. Und ja, so gesehen, nach dem Tiefpunkt geht es bergauf. Ja, und egal, der Erfolg sagt es dir auch sehr stark, solltest du dich im Moment sehr niedergeschlagen fühlen. Der Erfolg kommt wieder zu dir. Es ist in dem Sinne ein kleines Opfer nötig. Und zwar darfst du dich jetzt dafür bereit machen, dich zu verändern. Das heißt noch nicht, dass du dich jetzt von heute auf morgen verändern musst, aber die Karte rät dir, dich bereit zu machen, dich zu verändern. Dir das vielleicht auch zu sagen, ich bin bereit, mich zu verändern oder ich bin bereit, Veränderungen anzunehmen. Das wirst du wahrscheinlich auch schon wissen. Das ist, glaube ich, nichts Neues, was ich dir erzähle, auch mit dem Schlüssel. Du weißt schon, dass hier etwas sich verändern darf. Ganz konkret sagt diese Karte, dass man bestimmte Handlungsweisen, bestimmte Denkmuster, auch eh nicht zum ersten Stapel, hier jetzt verändert. Weil man einfach erkannt hat, dass die alten Denkmuster einem einfach auch nicht mehr dienlich sind. Man hat auch keinen Bock mehr auf die. Also das ist nichts, wo du sagst, oh, das würde ich gerne behalten, das sind Sachen, die du loswerden möchtest. Und auch mit der Reise und dem Yoga, auch hier geht es um Veränderungen. Also es wird sich jetzt hier auch demnächst etwas in deinem Leben verändern. Die Synergie zeigt es an, die Reise zeigt es an. Also es werden hier positive Veränderungen stattfinden, mit dem Erfolg auch. Jetzt keine Angst, das ist ja auch meist das Ding, wenn man so ein bisschen Angst vor Veränderungen hat, hat man mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass sich Dinge eher zum Schlechten verändern. Aber wie es mir hier liegt, sind das positive Veränderungen. Diese Karte sagt das auch ganz konkret. Im Beschreibungstext, wenn ich mich recht erinnere, steht, es erfolgen jetzt positive Veränderungen in deinem Leben. Das ist super. Bitte halte dir das vor Augen und mach dich innerlich bereit zur Veränderung. Ruhig zu Karte-Yoga komme. Vielleicht ist das dein Ding und du praktizierst schon Yoga, machst das vielleicht sogar beruflich, möchtest das beruflich machen, möchtest dich in irgendeiner Weise vielleicht auch als Fitnesstrainer, Trainerin betätigen. Vielleicht enthierst du auch Sportkleidung oder Kleidung für Yoga-Sessions oder Schmuck, die mit Yoga im Zusammenhang stehen, etc. All das kann sein. Und dann ist das hier die Ermutigung, dich damit weiter zu beschäftigen. Es kann aber auch sein, wenn du sagst, das ist gar nicht mein Ding, Yoga, total kacke. Ja, vielleicht findest du ja doch irgendwie einen Weg, dich mal drauf einzulassen. Denn nicht nur Yoga, auch andere sportliche Betätigungen bringen dich halt wieder mehr in Kontakt mit deinem Körper, mit deiner Sensibilität, mit deiner Intuition. Ja, wenn du nicht gerade krassen Leistungssport betreibst, der manchmal dann auch gegen das persönliche Wohlbefinden und das gute Körpergefühl arbeitet, aber wenn du körperfreundliche Sportarten wie Schwimmen oder Yoga oder Tai-Chi oder meinetwegen auch Karate ausübst, dann kommst du wieder ein bisschen mehr in Kontakt mit dir selbst. Und auch das könnte schon reichen, in Anführungsstrichen, um hier wirklich einen Shift herbeizuführen. Auch wenn das mit deinem beruflichen Leben vielleicht, wenn du nicht gerade in diesem Bereich arbeitest oder in der Reisebranche, dazu komme ich gleich noch, dann kann dir das auf jeden Fall einen positiven Shift, eine positive Wende bringen. Gerade ja auch mit den Synergieeffekten, die ich hier liegen habe. Auch eine Reise könnte jetzt wichtig sein. Falls du nicht in der Reisebranche arbeitest oder auch, wenn du in der Reisebranche arbeitest, kann jetzt hier eine Reise für dich, dir wichtige Erkenntnisse bringen für deinen beruflichen Weg. wie es weitergehen kann oder vielleicht musst du auch beruflich verreisen dann oder du hast die Chance, dann ist hier auf jeden Fall gesagt, mach diese Reise, sie wird dich zu Erfolg bringen oder vielleicht nicht sofort auf dieser Reise, aber sie wird dir helfen, dich zu entwickeln. Ja, also vertraue hier der Chance, wenn man dir eine Dienstreise oder die Chance anbietet, einen Job anzutreten, bei dem man viel reisen muss oder wie gesagt, wenn du in deinem jetzigen Job irgendwie das Angebot bekommst, zu verreisen, da könnte eine ganz wichtige Erkenntnis auf dich zukommen oder du bemerkst auch einfach, dass dir das Reisen sehr viel Spaß macht. Ja, vielleicht möchtest du in der Reisebranche arbeiten, möchtest gerne reisen, bist gerne in anderen Ländern unterwegs oder in anderen Städten. Auch dann ist hier für dich Erfolg angezeigt. Dieser Mann hat auch einen Computer auf seinem Schoß. Das könnte auch bedeuten, dass du im übertragenen Sinne von zu Hause aus am Computer arbeitest, aber ja auch dadurch eventuell mit der ganzen Welt in Verbindung stehst. Ja, vielleicht machst du Homeoffice und bist aber trotzdem international mit verschiedenen Menschen in Kontakt oder auch innerhalb von Deutschland, völlig egal. dann ist hier auf jeden Fall aber auch gesagt, dass wenn das so ist oder du das gerne machen möchtest, dann ist das auch, glaube ich, eine gute Sache für dich. Was ist das, glaube ich? Also es liegt hier so, dass es eine gute Sache für dich ist, etwas, wofür du Talent hast und was dich erfolgreich machen kann. Aber dann sorge bitte für Ausgleich, ja, dass du, wenn du hier viel sitzt, dich bitte auch regelmäßig bewegst. Das können ja auch so Büroübungen sein, etc. Ja, da gibt es ja wirklich spezifische Sachen, ganz bestimmte Übungen. Auch auf YouTube kann man das googeln, damit dein Körper sich auch erholen kann von dieser ständigen Sitzposition und auch das kann dir einfach neue Energie geben, ja. Manchmal sind es wirklich ganz kleine Sachen. Mit dem Heiligtum und der Synergie. Auf die Synergie bin ich gerade auch schon so ein bisschen eingegangen, ja. So Sachen, die dir vielleicht gar nicht mit deinem Beruf zusammen, in Zusammenhang stehen, für dich, in erster Linie, können hier großen Einfluss auf dein Berufsleben nehmen. Mit der Höhle und dem Heiligtum würde ich sagen, ist es aber auch besonders wichtig, dir hier einen angenehmen Arbeitsplatz zu schaffen. Sei das in einem Betrieb oder bei dir zu Hause. Bitte vernachlässige das nicht. Ja, also da, wo du arbeitest, solltest du dich auch sehr wohl und sicher fühlen. Sollte das für dich keinen Sinn ergeben oder du dich jetzt hier nicht wiederfinden, dann kann es auch bedeuten, dass du dir vielleicht in deiner Wohnung oder in deinem Haus oder da, wo du lebst, eine Ecke, einen Raum einrichtest, ja, der für dich dein Heiligtum ist, an dem du dich immer wohl und sicher fühlst, egal wie dein Tag war, an dem du vielleicht meditierst, betest, dir die Karten legst, deine Arten gedenkst, ja, da kannst du deine ganze Kreativität entfalten. Es sollte einfach nur ein Platz sein, an dem du halt auch ganz du selbst sein darfst, ohne dass irgendjemand ja, dich stört. Okay. Ja, Reisenveränderung. Also hier ist wirklich einiges im Gange und ich befürchte, vielen von euch geht es vielleicht gerade auch nicht so gut hier mit dem Tiefpunkt, aber Reiseveränderung, Erfolgveränderung, Synergieveränderung, hier wird sich was verändern und das Wichtigste ist, dass du diese Veränderung begrüßt. Das fällt einem schwer, manchmal, ich weiß, ich bin Krebs, wir stehen auch nicht so auf Veränderung, aber manchmal fühlt man sich ja auch so schäbig, dass man ja auch einfach denkt, okay, es kann nur besser werden und vielleicht ist das für einige im Moment so und dann ist hier mit der Erfolgskarte auf jeden Fall angezeigt, es wird besser, du hast hier den Schlüssel, auch mit der 6, mit den Entscheidungen, eventuell auch einer Herzensentscheidung, bitte vertraue hier auf eine positive Veränderung, sie wird positiv sein. Ja, wo kommt hier noch was? Yoga, Stretching, ja, Bewegung, wie gesagt, kann mir auch helfen, hatte ich aber auch schon, ne? Ich glaube, das war's, bevor ich mich jetzt hier tausendmal wiederhole, denke ich, ich hoffe, ihr konntet euch hier was mitnehmen, ich konnte euch hier ein bisschen aufbauen, falls es euch nicht so gut ging und euch auch ermutigen hier, euch eventuell auch, ah, genau, Reisen, Abenteuer, diese Karte steht auch durchaus für Abenteuer, die jetzt auf euch zukommen, also solltest du dich im Moment so ein bisschen langweilen in deinem jetzigen Job, kann es wirklich gut sein, es muss jetzt auch keine Reise sein, die dir angeboten wird, aber es wird hier etwas Abenteuerliches auf dich vorgeschlagen, dir eine Chance gegeben, dich vielleicht weiter zu entwickeln in deinem Beruf und dann nimm das bitte an, ja, nimm hier Veränderungen an, die jetzt auf dich zukommen, die werden positiv für dich sein. Ihr Lieben, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch hier ein bisschen Mut machen, dass das hier jetzt wieder besser läuft für euch und wir sehen uns nächste Woche wieder zum Monatsorakel für Februar.